Ich freue mich super drüber. Die komplette Saison ist schon sehr, sehr gut gelaufen und die Goldmedaille jetzt beim Weltcup-Finale war ein super Abschluss dieser Saison. Am Anfang des Finales war ich noch relativ aufgeregt, dadurch, dass das Feld sehr, sehr eng zusammen lag. Es gab keinen, der unten irgendwie wegfiel und habe mich aber auf meine technischen Elemente konzentriert. Nach einer Weile konnte ich die auch einwandfrei umsetzen und habe mich dann im Innenring festgeschossen. Der Hauptfokus zur Zeit liegt eigentlich auf Luftgewehr. Die Bundesliga-Saison hat vor ca. zwei Wochen angefangen und werde weiterhin versuchen, mich auf die Bundesliga zu konzentrieren. Jetzt das Weltcup-Finale habe ich, um ehrlich zu sein, nur ein wenig liegend am Rande mittrainiert. Aber der Fokus ist, wie gesagt, auf Luftgewehr und das wird auch bis Anfang des Jahres bleiben. Also ich würde gerne dann auch bei der Obermeisterschaft in Moskau im März dabei sein. Und ja, das sind jetzt so kurzfristige Ziele. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.